Also ich finde den Rahmen jetzt mittlerweile immer beschissen, aber ich kann's ehrlich sagen, ey. Da sind immer mehr Punkte, die mich jetzt echt nerven. Ich hab auch schon alles reingemacht. Ja? Weil ich auch keinen Bock drauf bin, ne? Vom Ding her nicht schlecht, weil mich stört sich die breiten Arme. Alles andere hat funktioniert. Alles andere war ein Gefühl, man hat schon verliert. Ja, aber die breiten Arme, die nerven mich auch. So, das kann ich jetzt gar nicht haben. Deswegen werde ich jetzt auch gar nicht meinen... Ach genau, vonerst geht's da mal wieder aus dem Trudel und da alles reingepflanzt. Also die ganze Technik, die hier drinsteht, die ist echt von Rahman und Tee. Rahman, genau, Rahman. Das ist ja der Grund, ja. Benny, wie egal. Ja, was ist das? Ne, wie viel in einer Mucke. So, der Motor ist doch nicht kaputt. Es muss ein kaputter Ersch-Teser-Mutann sein. Nee, es ist Teser wieder in die Ehe mit Bogen und auf uns reingepflanzt. Aha. Und nur bei Folge. Ja, schön auf der Enten. Scheiße. Sind aber auch alle ausgegangen, ich versteh's auch nicht. So, mal gucken, was die jetzt den Abstrahl verhalten hat, die kann ich dann. Welchen, welchen, äh, sagen wir, welchen Cannabis jetzt? Hm? Welchen Cannabis jetzt? Äh, 5 glaub ich. 6. Hm? Ich glaube auch 5. Ich glaube auch 5. 5, hast du nicht immer? Ne, ich bin auf keiner 5. Hast du nicht immer 6, 7? Ja, da bin ich irgendwann mal hin ausgewiesen, ja. Ich kann... Kannst du das einfach wechseln? Ja, kann ich. Geht auf 3, 3 ist jetzt keiner. Ja, da kann er es extrem einfach wechseln, einfach auf Stop drücken. 3 ist keiner auf 3. Die 3 hat nur auf 3. 7 wäre auch weit weg von allem. Ja, das kann sein, dass ich... Ja, das kann sein, dass ich... Ja, mach 7. Einfach mal testen. Ich hab mal da 3. Ach, du bist doch 3. Ich dachte, du hast ihn da hinten. Nein, ich bin 3, 3. Nein. Aber auf dem illegalen Teil. Die ist illegal. Nein. Das ist schon illegal, oder? Auf dem wenig benutzen heißt, wollte ich sagen. Das ist schon mal. Ja. Ja. Und das kann doch... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020